Ein Gefängnis im afghanischen Tachar. Neben 500 Männern verbüßen hier auch 40 Frauen ihre Haftstrafen. Die meisten haben ihre Kinder bei sich. Ironischerweise fühlen sich viele Frauen hier freier als zu Hause. Sie müssen keine Burka tragen und die Launen und die Gewalt ihrer Ehemänner nicht erdulden. Ihre Lebensgeschichten erzählen von Mut, Widerstand und verbotener Liebe. Musik Ich öffne die Handschellen. Ich habe keinen Schlüssel. Halte sie fest. Ich hole den Schlüssel. Wo wurdest du verhaftet? In der Stadt. Wo sind die Unterlagen zu deinem Fall? Beim Gericht. Mach nichts Falsches. Schrei nicht herum. Diskutiere nicht mit dem Personal, sonst wird deine Strafe verdoppelt. Verstanden? Verstanden. Geh rein, ich zeige dir deine Zelle. Folge ihr. Nargis entfloh ihrem Mann sieben Jahre Gefängnis. Fawziaham entfloh ihrer Familie zehn Jahre Gefängnis. Golshan zwölf Jahre Gefängnis. Latifa und Kalamnesa entflohen ihren Familien acht Jahre Gefängnis. Sedjeka mordt sechs Jahre Gefängnis. Nuri Nesor entfloh ihrem Mann zehn Jahre Gefängnis. Najiba entfloh ihrem Mann 16 Jahre Gefängnis. Simo entfloh ihrem Mann 16 Jahre Gefängnis. Soror entfloh ihrer Familie. Drei Jahre Gefängnis. Soror. Gib mir mal ein Trinkgeld. Wer gab dir das? Javid. Ah, dieser Brief ist von Javid. Danke. Zum Glück hat dich niemand erwischt. Javid ist mein Liebhaber. Er schreibt mir, hallo mein Schatz, ich liebe dich. Er vermisst mich sehr. Aus Liebe zu Javid bin ich mit ihm geflohen. Meine Familie wollte mich zwingen, einen anderen Mann zu heiraten. Wenn man liebt, wird man mutig und wagt alles. Aber unsere Familien haben uns angezeigt. Die Polizei hat uns geschnappt. Er ist auf der anderen Seite der Mauer. Dort sind die Männer. Er schreibt, wenn er frei ist, wird er mich heiraten. Ich kam von der Arbeit nach Hause und ertappte meinen Mann mit einer anderen Frau. Das ertrug ich nicht und beschwerte mich bei ihm. Er schlug mich, obwohl ich schwanger war. Er schlug mich, bis ich blutete. Mein Sohn ist alles für mich. Ich habe nur ihn. Sei vorsichtig. Ich war im zweiten Monat schwanger, als ich davonlief. Mein Sohn kam hier im Gefängnis zur Welt. Jetzt ist er zwei Monate alt. In der Nacht, als er geboren wurde, tanzten alle Frauen. Wenn ich meine Strafe abgesessen habe, nehme ich ihn mit. Ich kann nicht stillen. Wenn ich Geld habe, kaufe ich Milch für ihn. Doch oft habe ich zu wenig Geld und kann nicht mal Milchpulver kaufen. Ich bin in der Nacht. Nach den Tagen hier ging es mir schlecht. Ich meinte, alle Gefangenen würden mich verurteilen. Ich weinte ständig und war immer traurig. Als ich aber vernahm, dass Javid auf der anderen Seite der Mauer ist, war ich glücklich. Javid! Durch dieses Loch kann ich ihn sehen. Früher gab es ein grosses Loch in der Toilettenwand. Das habe ich gemacht, damit ich mit Javid sprechen konnte. Aber es wurde entdeckt und gepflückt. Zum ersten Mal habe ich Javid auf dem Schulweg gesehen. Ich verliebte mich sofort in ihn. Wir begannen, einander Briefe zu schreiben. Als ich den ersten Brief von ihm bekam, beantwortete ich ihn sofort. Später kaufte er ein Mobiltelefon. Und wir begannen zu telefonieren. Wir hatten eine schöne Zeit. Doch meine Familie wollte mich mit einem anderen Mann verheiraten. Da rief ich Javid an und erzählte es ihm. Er sagte, ich solle mich beruhigen und zu ihm kommen. Er wollte mit mir ins Frauenzentrum gehen, damit wir heiraten konnten. Doch er brachte mich nicht ins Zentrum, sondern zu Verwandten. Dort lebten wir eine Weile, aber dann verhaftete uns die Polizei. Sie fragte mich, wen ich heiraten wolle. Ich sagte Javid. Deshalb sei ich fortgerannt. Dann haben sie uns ins Gefängnis gesteckt. Trotzdem bin ich stolz auf das, was ich getan habe. Er ist ein guter und ehrenhafter Mann. Er weiss, was Liebe ist. Und er liebt mich. Verstecke es gut. Wenn sie dich damit erwischen, bestrafen sie dich. Geh zu ihm. Grüße ihn von mir und gib ihm diesen Brief. Komm erst zurück, wenn du eine Antwort von ihm bekommen hast. Geh, meine kleine Schwester. Sarah ist die einzige Gefangene hier, die lesen und schreiben kann. Der Briefkontakt mit ihrem geliebten Javid gibt ihr Hoffnung. 2. 4, 5, 6, 6, 5. 10, 10, 11, 12, 12, 18, 13, 17, 14, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 23, 21, 20, 21. 24. 25. Ich grüße euch. Wie geht es euch? Schön, schön, schön. Rührt euch. Ich muss euch etwas über unsere Kolleginnen sagen. Sie sind die Besten in diesem Gefängnis. Wie ihr wisst, haben wir hier 500 männliche und 40 weibliche Gefangene. Es ist viel schwieriger, sich um die 40 Frauen als um die 500 Männer zu kümmern. Ich möchte deshalb unseren Kolleginnen danken. Ohne sie würde das ganze System zusammenkrachen. 30 Jahre lang wurden wir gezwungen, Krieg zu führen, Blut zu vergießen und zu töten. Deshalb bekam die Bevölkerung keine richtige Bildung. 90 Prozent der Frauen werden aus Dummheit und Unwissenheit zur Heirat gezwungen. Doch weder die Frauen noch die Männer sind zufrieden. Und wenn Paare unzufrieden sind, haben sie immer mehr Probleme. Schuld an diesen Missständen sind vor allem die erzwungenen Ehen und die Unwissenheit. Wenn Gottes Wille nicht erfüllt wird auf Erden, gibt es Probleme. Er ist zauber. Du suche auch das Kind. Simon, da will dich jemand sehen. Besuch für dich. Dein Mann, nimm deine Burka und komm. Beeil dich, Simon. Beeil dich, Simon. Weil ihr Mann in einem Wutausbruch eines ihrer gemeinsamen Kinder getötet hatte. Doch ihr Mann fand sie und ließ sie einsperren, da sie mit ihrem Stiefsohn geflüchtet war. Du zeigst deine abgebrochenen Zähne. Sie sind gelb. Putzt du sie nicht? Für wen soll ich sie putzen? Ich habe sie für dich geputzt. Für wen soll ich sie nun putzen? Ich mache weder Frauen noch Knaben den Hof. Gott weiß, wie oft du das getan hast. Ich verstehe dich nicht. Du warst eine brave und mutige Frau. Alle lachen mich aus. Was soll ich ihnen sagen? Wenn ein Mann seiner Frau beisteht, muss sie auch ihm beistehen. Ich habe ein Zuhause, aber du bist nicht mehr da. Mir ist klar geworden. Deine Ehre war grösser als die eines Mannes. Sechsmal grösser. Du bist aus einer ehrenhaften Familie. Was um Gottes Willen ist mit dir passiert? Warum hast du alles aufs Spiel gesetzt und mich so gedemütigt? Wenn du so gut bist, hättest du an deine kleine Tochter denken müssen. Und an Risa und ihren Mann. Du hättest dich fragen sollen, was bedeutet mir mein Mann? Warum habe ich ihn betrogen? Mit meinem eigenen Sohn. Du fandest niemanden ausserhalb des Hauses. Also hast du es im Haus drin getan. Mein Mann ist nicht normal. Seine Stimmung ändert sich stündlich. Er hat mich oft geschlagen. Er schlägt sogar seine Kinder und die Kinder seiner anderen Frauen. Er ist verrückt. Als er mich vor ein paar Tagen besuchte, schlug er mich und ging wieder. Ich möchte einfach in Ruhe leben können. Aber wohin soll ich gehen mit meinen fünf Kindern? Er wird so wütend, dass er seine Kinder zu Tode prügelt. Eines hat er getötet. Ich geriet in Panik und brachte meine anderen Kinder zu meiner Mutter. Wenn er das nicht getan hätte, wäre ich bei ihm geblieben. Ich wäre wegen meiner Kinder bei ihm geblieben. Ich floh mit meinem Stiefsohn. Sie haben mich zu 16 Jahren verurteilt, weil ich eine Beziehung zu ihm haben soll. Sie haben mich zu schlug, 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 schlug. Mein Mann wollte, dass ich ihm meinen Sohn gebe. Er wollte ihn mir abkaufen, aber ich will kein Geld für mein Kind. Er hat gesagt, ich solle mein Baby seiner Schwester geben. Aber ich werde es nicht hergeben. Obwohl mir das alle raten, würde ich es nie tun. Im Gefängnis ist es viel besser als zu Hause. Jetzt kenne ich die anderen Gefangenen und die Aufseherinnen besser. Sie sind meine Ersatzfamilie geworden. Hier kannst du du selbst sein. Niemand sagt etwas, wenn du keine Burka trägst. Sie wollen nie wissen, was du tust. Von hier aus siehst du sogar nach draussen. Draussen entscheiden andere über dein Leben. Sie versuchen ständig, dich zu kontrollieren. Sag ihm, er soll mich zurückrufen. Mein Mann ruft mich an, wenn er sieht, dass ich ihn gesucht habe. Wie heisst er? Chafik. Zu Hause versteht uns keiner. Es läutet nicht. Nicht? Höre selber. Nadiba hatte ein sehr schweres Leben. Sie wurde verheiratet, als sie erst zehn Jahre alt war. Als sie älter wurde, merkte sie, was für ein elendes Leben sie hatte. Sie floh mit einem Mann, in den sie sich verliebt hatte. Hallo? Sie wartet immer auf Besuch und kauft mit ihrem wenigen Geld Milch für ihr Kind. Melde dich bitte. Simon hat ein ähnliches Schicksal. Als sie zehn war, war ihr Vater sehr arm. Er zwang sie, einen alten Mann zu heiraten, der schon zwei ältere Frauen hatte. Anders als Simon bin ich nicht verheiratet und habe das Leben kennengelernt. Bevor ich zur Heirat gezwungen wurde, habe ich mich retten können. Ich male dir auch einen Punkt auf die Stirn. Nein, ich will nicht. Meine Fingernägel sind noch nicht trocken. Bedeck deine Haare. Warum zeigst du sie? Shut up, würden die Engländer sagen. Soll ich deine Fingernägel anmalen? Lass das. Sitaray Asiman, nurita Korban. Sitaray Asiman, nurita Korban. Beia yaksha parsari man zhlieman. Beia yaksha parsari man zhlieman. Khabらいabat. Khabらいabat. Mein Mann will mit ihnen reden. Sie haben mir doch versichert, er werde sich benehmen. Aber jedes Mal schlägt er mich. Wenn Sie jetzt mit ihm reden, verbieten Sie ihm das? Mach ich. Er wird wie ausgewechselt sein. Schams-Haldin, Sohn von? Sohn von Gamari. Wen besuchen Sie? Meine Frau Simon. Gehen Sie. Simons Mann will mit dem Gefängnisvorsteher über seine Frau reden. Zu Ihren Diensten, General. Das ist für Sie. Ich war schon mal da, aber Sie waren in Kabul. Was für eine Begrüßung. Wie ehrerbietig und zuvorkommend er ist. Gratuliere, verehrter Gefängnisvorsteher. Kommen Sie wieder in meinen Laden? Das werde ich tun. Auf Wiedersehen. Setzen Sie sich. Sie dürfen Ihre Frau nicht belästigen und beschimpfen. Ihr Befehl ist mir heilig. Stimmt nicht. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie Ihre Frau achten sollen. Sie haben Kinder. Sie müssen anständig zu ihr sein und dürfen Sie nicht anschreien. Sonst verärgern Sie mich. Gut, mein Herr. Wenn Sie wollen, dass Gott und ich zufrieden sind, dann beherrschen Sie Ihren Ärger. Sie ist Ihre Frau. Küssen Sie sie und machen Sie sie glücklich. Respektieren Sie sie und nehmen Sie sie nach Ihrer Entlassung heim nach Mazor. Ich tue alles, was Sie sagen. Mein Sohn war unfolgsam. Deshalb wurde ich wütend und schickte beide ins Gefängnis. Sie hat nichts falsch gemacht. Mein Sohn Shamsullah ist schuld daran. Shamsullah soll kommen. Da ist er. Guten Tag, Vater. Es war ein Fehler, dass ich ohne die Erlaubnis meines Vaters seine Frau aus dem Haus geholt habe. Ich habe nicht das Recht, etwas zu sagen. Er ist mein Vater. Ich bin sein Sohn. Ich akzeptiere alles, was er tun will. Meine Frau hat ohne meine Einwilligung das Haus verlassen. Ohne meine Erlaubnis darf sie nirgendwo hingehen. Ihre Eltern waren nicht zu Hause. Daher bat sie meinen Sohn, sie zu ihnen zu bringen. Er mietete ein Haus und sie wohnten darin. Ich ging nach Pakistan, Karachi, Peshawar und Kandahar und hängte sein Foto in ganz Kabul auf. Nach drei Wochen fand ich ihn und meine Frau in einem Haus in Talukan. Als ich ins Haus eindrang waren, waren 30 Leute dort. Wenn sie allein gewesen wären, hätte ich beide umgebracht. Der Teufel ist in meinen Sohn gefahren. Warum hat er meine Frau mitgenommen? Wir waren 22 Jahre zusammen und haben sechs Kinder. Ich wusste nicht, dass ich sie nicht zu ihrem Vater bringen durfte. Ich würde eher Dreck essen, als etwas Falsches tun. Ich bin ein ehrbarer Mann und kämpfte mit General Najib. Ich schwöre, ich lasse ihn nicht am Leben. Auch wenn ich 20 Jahre warten muss, ich werde ihn in Stücke reissen. Jetzt kriege ich ihn nicht, weil er im Gefängnis ist, aber sobald er frei ist, kommt er dran. Meine Frau ist kein Strassenmädchen, sie ist vom Dorf. Jetzt sitzt sie im Gefängnis. Warum hast du mein Geld gestohlen? Du bist Aufseherin, warum bestielst du mich? Die Aufseherin sollte Milch für Najibas Sohn kaufen und hat ihr zu wenig Rückgeld gegeben. Sie lügt immer. Das wissen alle. Ich habe ihr Geld nicht gestohlen. Ihr Aufseherinnen seid nichts wert. Ich soll dich bestohlen haben? Ich habe dir einen Dollar zurückgegeben. Du bist eine Hure. Nein, ihr seid Huren. Sei still. Jeder weiss, wie du bist. Lass mich los. Ich zeige es ihr. Gott verdammt dich. Sie bekommt Lohn. Ist das nicht genug? Wir warten, bis Besucher uns ein wenig Geld bringen. Und dann stehlt ihr es. Ich bin nicht auf ihrer Seite, aber ich schlage dich, wenn du unsere Aufseherin schlägst. Niemand schlägt mich, verstehst du? Warum tut sie mir das an? Wie oft bin ich mit ihr zum Arzt gegangen oder habe ihren Sohn zum Impfen gebracht und ich habe ihr geholfen, die Medikamente zu zahlen? Bin ich deshalb eine schlechte Person? Wenn ich kein Geld habe, borge ich es mir bei anderen. Ich borge Geld, damit ich telefonieren kann. Ich habe keine Verwandten ausser meinem Mann. Wenn er mir Geld schickt, zahle ich meine Schulden. Ich bin im Gefängnis. Ich kann nicht einkaufen gehen. Aber die Aufseherinnen nehmen unser Geld mit und geben uns kein Rückgeld. Ist das mein Fehler? Sie ist ein Bist. Wo ist meine Burka? Firose, gib mir eine Burka. Mal sehen, ob sie die Nacht überlebt. Ob ich sie nicht umbringe. Ich will den Chef sprechen. Wenn wir die Aufseherinnen nicht stoppen, werden sie uns weiter bestehlen. Ein Kilo Fleisch kostet zwei Dollar, aber sie wollen drei Dollar von uns. Wenn etwas einen Dollar kostet, müssen wir ihnen drei Dollar geben. Wir sind zwar Gefangene, aber wir haben Rechte. Sag, Schwester, habe ich je Geld geborgt und es nicht mehr zurückgegeben? Hast du mich je lügen gehört oder stehlen sehen? Als ich frei war, hatte ich kein Leben. Mir ist es egal, wenn ich länger hierbleiben muss. Das ist das Steu. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sarah, wasche nicht ständig seine Kleider. Ich weiss nicht, ob das gut ist. Ich liebe ihn. Was willst du? Nur dein Bestes. Ich will nicht, dass irgendjemand seine Kleider wäscht. All das gehört meinem geliebten Javid. Ich lasse ihn jeweils ausrichten. Er soll mir seine Wäsche bringen. Er gibt sie den Aufsehern und diese bringen sie mir. Manchmal bringt er sie selber, manchmal schickt er ein Kind vorbei. Ich träume davon, wie ich seine Kleider in unserem Heim wasche. Aber was kann ich hier im Gefängnis machen? Ich bin froh, dass ich das vielen tun darf. Kannst du Shafiq nochmals anrufen? Diese Nummer. Ich hoffe, er antwortet. Der Richter ist hier. Wo? Warum ist er da? Warum lässt du nicht länger läuten? Später. Najibar, der Richter will mit dir reden. Mit mir? Ja. Najibar, ich habe nicht Zeit für deine ganze Geschichte. Keine Zeit? Ich will nur wissen, warum du streitest. Nimm dir Zeit, wenn du mich verstehen willst. Wenn ich streite, habe ich meine Gründe. Frage mich danach. Mein Problem ist, dass Sie unser Geld stehlen. Ich bin eine Gefangene. Wie kann ich zu Geld kommen? Hörst du? Schildere mir dein Problem. Wir können zum Gefängnisvorsteher gehen. Er war nicht da. Jetzt ist er zurück. Verbiete den Aufseherinnen, uns Geld zu stehlen. Dann muss ich nicht streiten. Das ist typisch. Sie streitet mit allen, auch mit ihren Mitgefangenen. Hör zu. Sei still. Hör mir zu. Bei Gott, wenn du dich nochmals streitest, schicke ich dich ins Gefängnis von Kabul. Die Gesetzgeber fragen uns nie, was wir aus unserem Leben machen wollen. Sie sehen nur eine Frau, die von zu Hause geflohen ist, und stecken sie ins Gefängnis. Sie ignorieren die andere Seite der Geschichte. Sie fragen nicht, warum du geflohen bist. Ich sage dir, sie bringen mich weg von hier. Komm so schnell wie möglich her. Nur du kannst mir helfen. Tu dein Bestes. Komm so schnell wie möglich. Wann kannst du hier sein? Wann? Was heisst bald? Wenn du nicht kommst, kannst du es mir jetzt sagen. Wenn Javid vor mir freigelassen wird, sterbe ich. Ich kann nicht ohne ihn leben. Ich habe mir viele Feinde gemacht. Alle meine Verwandten sind gegen mich. Wenn ich in dieser Stadt bleibe, werden sie mich bestrafen. Ich will Javid heiraten und mit ihm nach Kabul ziehen. Ich will mein Studium fortsetzen und mich um meine Familie kümmern. Wenn er mich heiratet, werde ich ein gutes Leben haben. Wenn er das nicht tut, muss ich in meine Familie zurückkehren, die mich so unglücklich gemacht hat. Nach Gesetz muss ich in meine Familie und in mein altes, schreckliches Leben zurückkehren. Ohne Ausbildung werde ich keine gute Zukunft haben. Wenn ich Macht hätte, würde ich allen jungen Frauen und Männern, die einander lieben, helfen, für immer zusammenzubleiben. Ich würde die Rechte der Frauen verteidigen. Ich habe es satt, zu sehen, wie die Männer die Frauen unterdrücken. Ich habe es satt, zu sehen, wie sie ständig von ihrer Familie kontrolliert werden. Diese Kontrolle ist ein Missbrauch. Die Frauen sollten das Recht haben, selber zu entscheiden. Weine nicht, Najiba. Ich habe meinen Sohn verkauft und Simon meine Wiege gegeben. Sie kann sie brauchen. Ihre Tochter ist auch noch klein. Während der Schwangerschaft hatte ich einen Monat lang Schmerzen. Doch es wäre besser, wenn mein Sohn gestorben wäre. Ich hatte nicht genug Milch, deshalb musste ich ihn verkaufen. Mein Mann hat mich verlassen, ohne sich von mir scheiden zu lassen. Jemanden zu verlieren, weil er stirbt, ist einfacher, als wenn er dich verlässt. Ich bin seit fast 20 Jahren von meinen Eltern getrennt und jetzt auch von meinem Kind. Es wurde zum Weisen, wegen seines charakterlosen Vaters. Mein Mann ist feige. Wenn ich all die Kinder sehe, zerbricht es mir das Herz. Mein Gott, wie soll ich mir nicht wünschen, mein Kind bei mir zu haben? Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Du wirst entlassen. Wirklich? Ja. Und Javid? Er auch, beide, in drei Tagen. Und dann? Dann beginnt dein Glück. Geh jetzt und packe deine Sachen. Das ist Zahra. Wie heisst du? Zahra. Tochter von? Von Amir Sangin Mohamed. Sangin Mohamed. Weisst du, dass du entlassen wirst? Ja. Vom obersten Gericht haben wir den Freilassungsbefehl erhalten. Die Untersuchungshaft wurde dir angerechnet. Deshalb bist du nun frei. Meine Glückwünsche. Mach etwas aus deinem Leben. Vielen Dank, mein Herr. Vielen Dank, mein Herr. Der Junge soll das für mich zu den Männern bringen. Es geht um mich und Javid. Beeil dich, pack deine Sachen. Das mache ich, aber ich brauche eine Antwort auf diesen Brief. Gib ihn, Javid. Beeil dich. Ich frage Javid im Brief, ob er mich immer noch liebt und mich heiraten will, warum er mit mir geflohen ist und ob er sich um mich kümmern wird. Draussen fühle ich mich nicht sicher. Vielleicht werde ich getötet. Mein Onkel oder seine Söhne bringen mich vielleicht um. Wenn er mich nicht heiratet, droht mir der Tod. Ich kann nur warten und auf Gottes Entscheidung rufen. Ich kann nur sagen, dass er mich nicht heiratet ist und er sich nicht heiratet ist und er sich nicht heiratet ist und er sich nicht heiratet ist. Ich kann nur sagen, dass er eine, um sie zu töten. Sein Stolz lässt nicht zu, dass sie im gleichen Haus lebt wie er, weil sie mit einem Mann geflohen ist und deswegen ein Jahr im Gefängnis war. Er wird sagen, sie habe ihn blamiert und müsse getötet werden. Mutter, ich will nicht zu Vater zurück. Gut, du kannst bei mir wohnen. Simons Tochter ist glücklich, dass sie bei ihrer Mutter bleiben darf. Doch Simons Tochter hat Angst vor den Plänen ihres Mannes. Mein Mann will mich in ein Gefängnis in Kabul verlegen lassen. Alle seine Verwandten leben dort. Ich weiss nicht, ob ich einwilligen soll. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat. Für mich ist Gefängnis Gefängnis. Ich muss noch 15 Jahre absitzen. Mein Mann sagt, er wolle mich nicht verletzen. Doch was er sagt, sind leere Worte. Wir werden sehen, ob seine Pläne meinen Tod bedeuten. Gott ist gütig. Ich hoffe, dass ich nicht entlassen werde. Sonst muss ich zu ihm zurück. Und dann kann er mich töten. Wenn ich entscheiden könnte, würde ich hierbleiben. Hier fühle ich mich sicher. Nachiba hadert mit ihrem Schicksal. Mir ist es egal, ob ich gefangen oder frei bin. Denn ich habe das Schlimmste durchgemacht. Vielleicht verzeiht mir mein Sohn nicht, was ich getan habe. Aber Gott versteht mich. Gott kennt meine Probleme. Ich werde meinem Sohn sagen, dass ich im Gefängnis war. Sein Vater hat sich nicht um ihn gekümmert. Wie konnte ich ihn ernähren? Ich werde ihm erklären, dass er gestorben wäre, wenn ich ihn nicht verkauft hätte. Wo immer er jetzt ist, wenigstens lebt er. Hätte ich ihn behalten, wäre er gestorben. Schau, alle bekommen Besuch. Ich habe niemanden. Heute wird Sarah aus dem Gefängnis entlassen. Du musst alles zurückgeben, was du vom Gefängnis hast. Bring deine Taschen her. Das ist meine Identitätskarte. Da war sie 16 Jahre alt. Bring deine andere Tasche. Ich hatte drei oder vier Leintücher. Zwei habe ich Rahilo gegeben und eines ist auf dem Boden. Nimm es doch mit. Ich will es nicht haben. Ist es schön? Ja. Warum willst du es nicht? Ich lasse es hier. Willst du zurückkommen? Nein. Dann lass keine Nadel hier. Lass nichts hier und nimm nichts mit. Und komm nie zurück, um jemanden zu besuchen. Hast du verstanden? Hast du ihm den Brief nicht gegeben? Er sagte, er könne keine Antwort geben. Er sagte, ich soll ihn dir zurückgeben. Javid wollte nicht antworten? Nein. Warum? Ich weiss es nicht. Was soll ich jetzt tun? Hast du es ihm erklärt? Ja. Aber das nützt jetzt nichts mehr. Was machst du jetzt, Sarah? Ich weiss es nicht. Gott, beschütze dich. Er will mich nicht heiraten. Sie werden mich töten. Du bist eine freie Frau. Warum weinst du? Es gibt viele junge Männer. Keine Sorge. Du hast kein Kind, um das du dich kümmern musst. Viele Mütter suchen Schwiegertöchter wie dich und finden keine. Javid wird keine Frau finden wie dich. Jetzt, wo er dich nicht mehr will, wird er nie mehr glücklich sein. Deine Ehre war die Ehre dieses verdammten Mannes. Du warst von ihm abhängig. Wenn er Schande über dich bringt, wird Gott Schande über ihn bringen. Weine nicht. Geh stolz wie eine Löwin. Ich bin nicht. Najibha, vergib mir bitte. Was soll ich tun ohne dich? Hör auf zu weinen. Gott ist gütig. Auch du wirst bald frei sein. Unsere schöne Braut verlässt uns. Wir werden getrennt. Weine nicht, wenn du gehst. Wo du deine Füsse hingesetzt hast, werden Blumen spriessen. Javid? Javid? Gehen wir. Komm. Auf Druck seiner Familie heiratet Javid drei Monate später eine andere Frau. Sarah sieht ihn nie wieder. Sie lebt heute in einer Frauenschutzstelle. Najibar wurde in ein Gefängnis in Kabul verlegt. Sie muss noch acht Jahre verbüssen. Simon ist noch in Tachar. Ihre Haft dauert noch 15 Jahre.